Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warframe zusammen mit Boris und Markus. Servus. Hallo. Wir spielen mal wieder an unserer Quest gestohlene Träume weiter. Unsere Kubus haben auch schon wieder was ausgegraben und ich fall erstmal von der Welt. Nein, ich habe mich doch noch gefangen. Und meiner hat schon wieder was ausgegraben. Was ist diesmal? 50 Energie und 112 Relates. Ich denke mal, wenn wir da das noch ein bisschen verbessern mit den Hunden, dann graben die uns auch immer noch so aus. Kann ich mir was vorstellen. So ein Hunde wollte ich irgendwann mal was knacken. Aber meiner hat schon wieder was geknackt. Wieder 150 Credits. Wow. Wie du wegfliegst. Das ist halt elegant aus, muss ich sagen. Ja. Oh man, diese Lasertypen nerven übel. Hier rennen jetzt Lasertypen und Shotgunner rum. Das mag ich überhaupt nicht. Wo ist eigentlich Lapo und warum hat Lapo Schild verloren? Wo ist eigentlich Lapo und warum hat Lapo Schild verloren? Wo ist mein Hund jetzt? Bei mir war er auch, oh Gott. Ne, bei mir ist er ja. Der knackt gerade, äh, den Herz kommt er wieder zu dir. Ja, was, der, hat er eins auch bekommen? Naja. Ja, ich hab gesehen, dass er Fähigkeitspunkte bekommen hat, aber ich hab nicht noch mal... Ja, wenn, sie machen Fähigkeitspunkte auch wenn sie es versuchen. Ja, ich weiß. Aber ich dachte eigentlich, der knackt die neben mir und nicht die bei dir hinten. Soll, sie haben es beide nicht geschafft. Na, hier drüben Lapo, ist auch noch einer, los. Lapo, mach. Mach auf Lapo. Los, meine. Beide, mach. Oh. Ich hab keine Ahnung mehr, aber es ist offen. So, Richtung Arme müssen hier weiter. Ja, Boris, komm schon. Ja, lass uns Zeit. Ich bin schon da. The Bypass is done. Go. Oh, Stealthkill. Oh, wer hat das Gefallere angefangen? Boris. Oh, Mann, Boris. Das ist kein Stealthkills, die geben mehr Affinität, ey. Hab ich ja auch gekommen. Ja, du. Wir hätten ja locker 10 Stealthkills rausziehen können oder so, wenn wir uns angestrengt hätten. Hack mal, mein Hund. Hack mal. Hack. Kratz auf, wollte das sagen. Kratz, los. Du auch. Na, tu was. Und schau nicht den Schrank an. Tu was. Okay, gut, tu was. Und schau nicht den Schrank an. Oh, das ist ja noch. Ja, das ist mein Freund. Ach, das ist ja noch. Ja, das ist mein Freund. Deiner Hund hat was aufgeöffnet. Deiner Hund hat was aufgeöffnet. Meine Hund hat was aufgeöffnet. Cool. Oh, die Katzen schon wieder. Oh, die Katzen schon wieder. Jetzt, jetzt arbeiten sie wieder die Hunde. Die arbeiten scheinbar nur, wenn kein Gegner mehr in der Nähe ist. Okay, das ist mir zu doof hier. Das ist doch noch ein Gegner. Ich höre ihn doch. Ja, hier. Knapp, ich knack mal wieder das Ding, ne, den Aufzug. Jetzt sind wir... Achtung nicht психen! Ich wollte schon abdrücken. Ah, meine Hunderten wie das gehört. Seh mir noch mehr Gegner? Nee. Das ist dein Hund, das Alter. Da unten.. Ach, wir müssen nach unten. also hier müsste aufpassen mein Hund knackt auf ein Schränke wer von euch ballert das ist der Mord hat auch nicht geballert ja aber auch wenn der Mord auf dich ballert ist auch nicht gut wo müssen wir hin verdammte Scheiße hier unten ist zu hier unten ist alles zu dann auf die andere Seite aber das ist auch so das Ding ne hast du ihn aktiviert was habe ich aktiviert was geht nicht da müssen wir rüber auf die linke Seite ah da oben da wo der Weg kommt hängt da ich schaffte ja genau das spät ab dem wo sind denn hier unten noch Gegner auge hallo Gegner und er hat er ich glaube einfach im Klick zu bekommen ich bin und sich kann der ist geschützt von so einer scheiß wand ja die gegner übernommen er gehört zu uns das heißt ich habe jetzt 24 sekunden hier was zu machen ist der sicherheitsheck heftig ficken alter das schaffe ich niemals der war richtig wie es jetzt habe ich sicherheitssystem ausgeschaltet was hier drin ist alles gern noch ein fucking moor soll übernommen ich hack wir brauchen drei von drei hier alle steckt das ist die kurze verkloppt man den beschützer eximus damit wenn meine fähigkeit in zehn sekunden aufhört der instant verreckt hier aber ich glaube der ist schon tot jetzt ja oder aufhörigen minuten schaden gemacht ist ja mein schlag hat noch gefehlt alte die hexen ja mega mies okay damit wir nicht sind wieder so ein riesen schrank mit zwei auf ja wir haben hunde 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 ja nutzt den ah mein hund wir haben wieder beide gekratzt ne der hat einen anderen gekratzt ne die kratzt immer so komisch schief der ist offen auch wenn er rot ist ja da ganz grün aufgeblicken kannst du ja weil der erste und hat geknackt und der zweite nicht und dann wird es ist der rot einfach so der letzte bei dir auf einmal der start zu eis ah jetzt weiter tut was ja da ist auch was energie und da unten sind noch schränke jolo auch noch schranktechnisch aus und du hast auch er hat wieder eins geknackt meiner was ja wo ist dauernd ne ich gehe schon so schnell ich kann ich habe verwirrung gestiftet die gegner führten sich jetzt gegenseitig so erlaubt du mal irgendwas wird er hier schränke und so weißt du vielleicht jetzt irgendwie auch so dieses du läufst hin und drückst x und dann geht der Hund dran ja das wäre besser aber irgendwie manchmal schlafen die hunde so ein bisschen wir brauchen alle drei also der hier muss auch wieder klappen ne das ist das wieder doch neust ne hier ist falsch du musst das hacken dahinten geht nicht denn noch hier runter und auf der anderen seite wieder hoch ich versuche mal die andere seite ne hier ist falsch da ist es oh das wird lustig ja ich bin noch jetzt lustig das wird lustig das ist neu was naja jetzt ist am Boden diese Dinger ja ich bin hier drinnen hallo hier unten ja guck mal hoch ich bin auch hier oben weiß äh ich glaub die muss man irgendwo deaktivieren ja das Ding zum deaktivieren der Laser strahlen ist da jawoll was das hat mich wundertgeschmissen aber das ist kein Alarm ausgelöst oder? ne ich häng grad zu noch an der Wand nimm jetzt perlau benutzt die schaßen um Schwenke zu knacken wie reicht's mir hier scheiß Fischer ich komm dir eigentlich hier hoch alter wo stehst du jetzt rum ich habe ne idee ich glaub ich weiß wo ich hin muss da hinten in diesen Gang da hinten rein ah wie komm ich denn nein nicht den Kupro da hinten ab drin wie komm ich dahin der Gang muss ja auch irgendeine Anbindung haben ha ich hab's hier ist hier kann was ausschalten ja ja ach du scheiße Boris verkackst nicht deswegen habe ich ja gesagt die sind heftig mach mal eine von euch die Gegner sind verwirrt ihr müsst nicht decken nur noch 40 Sekunden ja 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 auch der nächste mal ein sprung reingehüft ich muss mir nicht meine schlüssel mit aufwacht hier alter ich hab gerne aber mein hund hat die einfach weg gemacht während ich tot am boden lag das ist auch cool da fliegt noch eine tone tone down was ist das für ein ding hier energie mit einem hunde auf irgendwas what the fuck nein das reicht nicht ja ich habe meine ich kann komplett drüber hüpfen aber es reicht nicht ich muss den ersten tour mit dem weißt du ich bin quasi über die mitte drüber gehört da geht es nicht seid ihr schon durchgefahren nein ich warte hier noch oh mein hund buddelt irgendwas im aufzug aus ach scheiße komm komm du musst hier rüber Sven anders halte ja ich weiß aber ich musste erst hochfahren hat er bei mir gesagt ja hier wahrscheinlich das auch wuuhuuu alter ist das geil ja wir müssen nach oben digga nicht nach unten hab ich gerade versucht also ich bin richtig ja das ist falsch ich bin dort soll ich anfangen ja ne oder soll ich warten ich war es auf der anderen seite ich habe wieder ein stealth kill und mein hund hat es nicht geschafft den zu stealth kill hier ist wieder so ein mega loot raum und so hunde fighten schon wieder um die dinger hier und sie knacken auch eins nach dem anderen beide haben es geschafft diesmal beide haben es geschafft diesmal das war leider ein misserfolg wo ist eigentlich deiner hin Markus der ist bei mir ach so Boris steht hier rum oder was ja ach ne jetzt ist er wieder bei mir jetzt ist der von Markus wieder hier verknackt mit Schränke oh weiter hat es wieder geklackt ja das ist nice so let's go leute komm dir ha 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 oh das schon wieder oh nee erstmal lösen ich muss mal bitte keinen laser rennen tschüss jetzt wenn 1 wurde wieder geknackt von uns an Orwals aber es wird schwer da und daran nicht auch die Hilfe ich chill hier hier kann man rein es ist Sackgasse wo müssen wir jetzt hin? dahinter Glück gehabt es ist alles zu ne hier oben da hinten in das Gitter müssen wir rein der Anträglichkeit gibt's nicht wer war's wackeus hier ich hab' ich gefunden wo wir die Laser ausschalten können oh mein gott was ist das für eine scheiß Hacking fuck alter bullshit alter ist das für alter laser sind aus das ist zu crazy alter das ist das für ein Ding was mach du mal ich schaff das nicht ja die digger sind echt crazy das ist rot ja oh ein Ding hätte ich noch drehen müssen dann hätte ich nicht gehabt 8 ja ist unmöglich weil wir müssen da drin nochmal hacken schaffe ich in der Zeit nicht das hier hab' ich geschafft ok leute wir wissen die scheiße ja noch mal spielen scheiße ah die ist heftig das ist echt heftig dann nehme ich diesmal meine Schlüssel mit dann geht's einfacher ach Schlüssel? ja Schlüssel ist ja langweilig die Frage ist wollen wir eine XL Folge draus machen? nein nein ok leute dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal beim zweiten Versuch dieser Mission und damit würde ich sagen servus und ciao tschüss ja